Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Herzlich willkommen zu Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, nicht der Michael, sondern die kürzeste Ausgabe, seit es Nerdizismus gibt. Fünf Jahre Nerdizismus und über 200 Folgen von der mozzigsten Nerdshow im Land. Das wollen wir feiern mit Nerdizismus The Show. Am 8.2. könnt ihr uns live sehen im Jungen Theater in Leverkusen. Ab 20 Uhr werden wir live on Stage nerden, was das Zeug hält. Cosplayer werden dabei sein, bekannte Podcaster werden dabei sein und natürlich das komplette Nerdizismus Team. Und das Einzige, was für einen perfekten Nerdabend noch fehlt, bist du. Ja genau, du, lieber Hörer. Wir wollen euch kennenlernen, deswegen laden wir euch ein. Kommt am 8.2. ins Junge Theater nach Leverkusen und lernt die Nerdizisten live kennen. Wenn du den nerdigsten Abend deines Lebens verbringen willst, dann sicher dir jetzt dein Ticket. Und zwar bis zum 24.01. haben wir noch eine Early Bird Phase. Da kostet das Ticket gerade mal 5 Euro. Da bleibt also noch genug im Geldbeutel übrig, um mit uns an der Bar richtig nerdige Nerdtalks zu machen. Sicher dir daher ganz schnell eins der begrenzten Tickets unter nerdizismus.de slash theliveshow. Dann erlebst du mit uns den wahrscheinlich nerdigsten Abends deines Lebens. Wir freuen uns auf dich und sehen uns am 8.2. im Jungen Theater in Leverkusen. Bis dann.